so geht weiter heute mit dem flughafen simulator wir müssen heute weitermachen mit unserem zweiten teil der zweite flug geht ja noch wir nehmen den bus hier jetzt hätte ich noch mehr weiter nach ein bisschen treibstoff mit drin ich fahre auch gar nicht jetzt den großen weg ich fahre hier einfach rum so zack 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 dann fahren wir die passagiere mal zurück zum flieger so spürt jetzt ja relativ voll so ist man hier mal auf den richtigen weg aber wir müssen ja quasi gegensätze richtung rechts vom flieger stellen das ist wohl irgendwie fehlt auch schon da warum er jetzt hin will so ist heute das auch das heißt einfach durch den flieger durch ok so einmal laden flug ist beendet perfekt mit der fremden hilfe sehr gut ja ich kaufe die letzte aufgabe noch so den so den kann man jetzt zurück dem bus so den setzen wir gerade zurück ja und dann haben wir soweit geschafft dann sind wir jetzt in die halbstadt moment, welche richtung gefahren da oben ist richtig so 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 So, Fahrzeuge stellen jetzt in die Werkstatt, Wartung, ja. Dann setzen wir den nämlich wieder rein, aber ich nehme den jetzt auch in die Wartung. So, Fahrzeuge haben wir jetzt. Genau, der Bus steht in der Wartung, weil der hat auch immer so einen Motor, das ist auch gut so, dann kann der nämlich in der Wartung. So, treffe ich jetzt sicher, guck, guck, der bleibt auf jeden Fall. Ich weiß, wo muss der hin? Ja, der Kleider. Oh, was? Ja. 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 Ich bin jetzt auch hier nämlich Warte mal, ist der Gebäcklader jetzt auch in der Wartung? Nein, der parkt nur, okay. Nee, der steht in der Wartung. Okay, gut, das ist wichtig. Der Busbisseur steht ja weiter. Den kann ich ja nicht, den kann ich ja nicht nehmen. Dann fahr ich den Parken, äh, fahr ich den Zanken schnell. So, der Bus muss getankt werden. So, der Busbisseur steht ja weiter. So, bis der Bus voll ist, genau. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die Wartung. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Tag, Tag 3 dann. Dann haben wir die Autos alle in der Wartung drin. Und dann sieht das wieder gut aus. Bus ist bald voll. Und zwar jetzt, perfekt. Gut. Jetzt holen wir den Bus in die Wartung und dann bringen wir das Discovery in die Wartung. Und dann haben wir das auch alle Licht. So, das ist wieder leer. Ich bin gerade voll gemacht. Okay, dann muss ich noch einen Moment weiter warten. Ich dachte, hier wäre es voll. Jetzt wollen wir noch kurz die Wartung. Wir wollen in die Wartungshalle jetzt. So, genau. Genau, zurück. Da hinten war die. Ich muss ja da ausgerechnet bremsen. So, oft. ich spürze ich es ziemlich empty Gut, das war tatsächlich doch, wo man warten will, oder? Ja, scheint so zu sein. Also, ich kann mir ein bisschen, ich kann mir auch ein bisschen Gas geben, nicht die Geschwindigkeit jetzt. Nicht die Feuerbombe. Gut, gut, dann sind wir wieder ab mit dem Kollegen und dann geht's, nein, weil er mit dem Bus geht's. Gut, ich bin jetzt wieder da und auch wieder in die Wahrung. Jetzt aber. Ja. 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 So, wir sehen jetzt die Busse aus, Wartung. Der steht auch in der Wartung, sehr gut. Hm, darf ich noch nicht, okay. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. So, wir haben ja echt den Viertatzbrück, ne? So, wir haben ja den Viertatzbrück, ne? Ja. 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 Das haben wir ja nichts mehr zu tun, soweit. So, das müssen eigentlich alles in Erwartung sein. Gut, jetzt haben wir verjärmt.